Hi, Emilia! Kannst du es mal aufnehmen? Hi Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video-Video. Schaut mal wer hier ist, unser Sprechstück. Guck mal den Namen. Nee. Wir sind bei uns gerade fertig fürs Kino. Und Samuel, was machst du? Schnapp noch ein Youtube-Video und trägt Fake-Energy. Ich von der Lücher mache jetzt ein Tanz-Battle. Hi. Das ist Alisha! Emi, du hast dich aufs Kino? Ja. Komm mal kurz mit mir. Okay, Emi, du suchst dir jetzt ein Outfit raus und dann zeigst du uns das, okay? So Leute, wir gehen gleich los. Und wir haben uns jetzt gerade dazu entschieden, dass wir jetzt alles schwarz anziehen. Ich bin noch gar nicht fertig umgezogen. Okay, mach jetzt eine Transition, okay? Das ist echt die schlechteste Transition ever. Hör auf! Wie cool! Zeigen wir uns jetzt, was die drauf haben. So Leute, wir gehen jetzt los. Oh, was hast du viel cooles? Emi, wir machen einen Outfit-Check. Ja. Outfit-Check. Guck. Ich muss kurz in Ruhe, ey. Jetzt los. Läuft doch nicht mit Schuhen in mein Zimmer. Zeig mal dein Outfit. Soll ich die mit so anlassen? Ja, das sieht doch cool aus. Das sieht doch cool aus. Oder. Oh, du siehst so cool aus. Oder ohne. Entweder ohne oder mit. Oh, ohne ist auch cool. Er nimmt das auch cool. Beides cool. Alter Leute, irgendwer muss mich stoppen. Ich gehe einfach viel zu oft ins Kino und Justin auch. Sogar den Film, den wir jetzt gucken, den habe ich schon mal gesehen. Und wir gucken den jetzt einfach nochmal. Und vor zwei Tagen waren wir auch im Kino. Und in jedem Vlog, den ich mache, habe ich im letzten Vlog auch gesagt, war ich im Kino. Ich gehe einfach mal ins Kino. Oh, dann zeig uns auch mal dein Outfit. Das heißt nicht. Ey, ihr habt die gleichen Schuhe. Ja, vielleicht haben wir einen Partner noch gekriegt. Leute, die beiden haben einfach ihren Kino-Gutschein mitgenommen. Und ich habe ihn einfach vergessen. Ich hatte eigentlich noch einen. Oh, das ist süß. Ich will auch mit Knudeln. Guck mal Leute, wir machen unseren coolen Gang. Wow. Mama. Oh mein Gott. So Leute, wir sind jetzt raus aus dem Film. Und jetzt frage ich die mal, wie die den Film fanden. Also ich fand, es war so eine 9. Und wie fandest du den Film, Mimi? 1 bis 10. 8 bis 9. Sag. Ich sag. 6. Oh. Aber was? Ja, schlack. Leute, schaut mal, seit ich hier gemacht habe. Sie guckt nach Unterkümpfen, weil wir in Urlaub fliegen. 1, 2, 8, 9, 10. Ich komme. Oh, seid ihr? Was höre ich denn? 3, 4, 3, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 2, 2, 2, so leute mir hat jetzt 30 sekunden zeit für mich in diesem dm zu suchen und dann darfst du dir hier irgendwas aussuchen okay aber du musst bis zehn zählen okay und ich habe zeit mich zu verstecken nein das ist jetzt doch ein bisschen mehr geworden als geplant und mir du kriegst die bananen schutz nicht nein wir sind jetzt raus aus dem dm und jetzt gehen wir schnell in hagebau und holen so wie noch mal staubsauger staubsauger und wir haben uns jetzt so ein staubsauger ausgesucht und ich muss ja jetzt einfach zu hause nach hause schleppen und ich hab so gar nicht mehr abgefuckt so leute imi muss noch ein bisschen mathe lernen weil sie bald eine mathearbeit schreibt und wir müssen einfach auch gleich zum zahnarzt ne zeig mal deine zähne ich lüfte jetzt samuels geheimnis so leute ihr kriegt jetzt doch noch ein paar abschlusszehen wir sitzen hier gerade im wachsitzenden das ist ein wartezimmer mann buch für die buch ich nehme ein big vegan ts ein big vegan ts und ein big mac menü ne du kriegst jetzt nichts nein da zwei cheeseburger warum ist mayo oder noch? ähm cola light und zwei cheeseburger und zwei cheeseburger und zwei cheeseburger und eine cola light und eine cola light und chicken so unser essen ist jetzt da habt ihr hunger ok ok unsere mutter wollte jetzt einfach nicht nach hause fahren deswegen sitzen wir jetzt da und fahren dann einfach eine stunde ne auf jeden fall war es das jetzt mit dem youtube video wenn es euch gefallen hat lasst gerne like und ein abo da und was macht das denn? aktiviert die kloppen genau aufja ja ciao